Ich bin bei der vierten Essener Jobmesse in der Grugerhalle Essen und das könnte auch Teil Ihres künftigen Arbeitsplatzes sein, uns dabei zu unterstützen auf Ausbildungs- und Jobmessen das Ausbildungs- und Arbeitsplatzangebot der Stadt Essen Bewerberinnen und Bewerbern nahe zu bringen. Mein Name ist Thorsten Teubert, ich bin Abteilungsleiter für Personalmanagement bei der Stadt Essen und die Stadt Essen sucht Verstärkung. Heute für unser Stadt-Essen-Karriere-Team suchen wir eine Mitarbeiterin oder einen Mitarbeiter, der uns im Marketingbereich unterstützt. Wir haben ein sehr innovatives Ausbildungs- und Studienangebot, wir haben viele Ideen, die wir auch noch in die Tat umsetzen wollen und wir suchen einen kreativen Kopf, der uns dabei noch professionell unterstützt. Wenn Sie ein Studium der Kommunikationswissenschaften oder aber auch der Betriebswirtschaft haben mit dem Schwerpunkt Marketing, wenn Sie auch Erfahrungen im Bereich Personalmarketing gesammelt haben, dann schauen Sie sich unsere Ausschreibung an. Da finden Sie ein attraktives Angebot. Wir bieten Ihnen einen sicheren Arbeitsplatz, einen abwechslungsreichen Arbeitsplatz in einem netten Team und dieses Team wird sich auch im Weiteren kurz bei Ihnen vorstellen. Hallo, ich bin Gisela Thier, ich bin Teamleiterin im Bereich Personalmarketing und Einstellungen. Ich freue mich auf eine Verstärkung in unserem Team und freue mich auf Sie. Mein Name ist Susann Karker, ich arbeite im Team von der Frau Thier im Bereich Einstellung und Personalmarketing und ich freue mich schon auf die neue Kollegin oder den neuen Kollegen. Hallo, mein Name ist Annika Fröhlich, ich arbeite ebenfalls im Team von Frau Thier und freue mich auch schon auf Ihre Bewerbung. Jetzt befinden wir uns vor dem Essener Rathaus in der Essener Innenstadt. Das Rathaus hat 22 Etagen und Ihr Arbeitsplatz könnte künftig in der neunten Etage liegen. Ich wünsche Ihnen ganz viel Erfolg im Bewerbungsprozess und sage toi toi toi. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.